Hallo und herzlich willkommen Leute, ich bin's euer Dread und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Wulsen Video eingeschaltet habt. Ich habe euch von dem krassen Bug erzählt in Lords of Buckham in dem Video, ja, und trotzdem kommen jeden Tag in meinen Stream Leute und fragen immer wieder nach. Ja, gerade neue Player mit den Statuseffekten, es gibt halt im Moment einen Statuseffekt und Konvertierungsbug, der ist wirklich krass, ja, und ich habe euch in dem letzten Video das nur mal kurz erklärt, wie man das fixt, nämlich über Reskillen, aber es gibt noch einen anderen Weg und den zeige ich euch gleich in diesem kurzen Video. Wenn euch mein Content gefällt, dann lassen wir doch ein Abo da, würde mich natürlich freuen. Der Bug tritt immer auf, wenn ihr euch einloggt in das Spiel, das bedeutet, wir müssen jedes Mal, bevor wir das Spiel starten, müssen wir diesen Bug beheben, ja, und ich habe euch erzählt, ihr müsst Reskillen, aber es gibt noch einen leichteren Weg, der hat sich jetzt herausgestellt, ja, und zwar, ich zeige euch das mal ganz kurz hier, jetzt, wenn wir unsere Skills machen, dann kriegen wir keine Statuseffekte, ja, wir kriegen einfach keine Statuseffekte und, ähm, das ist ein Problem, weil dadurch geht uns natürlich auch jede Menge Damage verloren, das sehen wir hier an unseren Skills, ja, die bleiben einfach, äh, auf 7800, die Konvertierung funktioniert nicht und so weiter und so fort, ja, in meinem Fall 7800, bei euch könnte es natürlich eine andere Zahl sein. So, jetzt gehen wir in die Pforte des Schicksals und das Problem ist hier, ja, das Problem ist hier in der Pforte des Schicksals verankert und, ähm, ihr müsst jetzt einfach nur die Pforte einmal drehen, sodass hier die Statuseffekte nicht mehr connected sind, ja, dann dreht ihr einfach wieder zurück und fertig und jetzt werden wir sehen, der Bug ist gefixt. So, ihr seht jetzt hier die ganzen Statuseffekte und ihr seht sofort den Damage, ja, ein kompletter Unterschied, die Konvertierung funktioniert. Das Bild hier übrigens habe ich eben auf YouTube rausgebracht, ja, schaut einfach auf meinen Kanal vorbei, macht extrem viel Spaß, damit klärt man 187 sau schnell und sau easy. So, und das war's doch schon, muss ja nicht immer ein langes Video sein, ich wollte euch das nur kurz erklären, nicht, dass ihr immer reskillt oder so oder auch für neue Spieler, die das mit den Statuseffekten nicht wussten, ja. Also, das war's, bis zum nächsten Mal bei euer Dread und ciao! Outro 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 Outro